Also wir kaufen heute Bitcoin an einem Bitcoin Automaten am Wiener Hauptbahnhof und das geht ganz einfach und das möchten wir euch heute zeigen. Als erstes klicken wir mal auf den Touchscreen und sagen, wir wollen Bitcoins kaufen. Und heute, weil wir nur 5 Euro dabei haben, weniger als 250 Euro, scannen Sie den QR-Code des Wallets. Ich habe jetzt hier mein Wallet und mein Handy mit meinem QR-Code. Den gebe ich hier oben hin und lasse es scannen. Starten kurz. Ah ja, jetzt hat das erkannt. Und jetzt gebe ich im Endeffekt meine 5 Euro oben in den Slut. Und warte bis er es erkennt. Genau, sage Bitcoins kaufen. Transaktion läuft. Und im Endeffekt warte ich jetzt nur noch, bis er die Bitcoins auf mein Wallet überträgt. Ah ja, dann kriegst du schon eine Nachricht. 15,92 Millibitcoins sind auf meinem Wallet angelangt. Fertig. Ja, dann weitere Vielen Dank.